um hallo und sie kommen zurück bei dem Ort und inzwischen nicht mehr mit Dinos Level 75 Hallo Leute! So du musst mal kurz hier weggehen bitte Lisa Warte ich muss nur kurz mal Ich hab da... ich hab nämlich das Dodo-Ei aufgenommen und das wollte ich mal gucken wenn wir das Ziel fallen lassen Ist es dann zu kalt, zu warm? Wo ist denn jetzt das Dodo-Ei hin? Achso Brüten! Das Dodo-Ei brütet! Oh, wie hast du das jetzt gemacht? Also die Eier haben eine gewisse Wärme oder Kälte die die brauchen Ich hab's auf den Boden geworfen Ich sammle gerade Bären Und dann würde ich sagen gehen wir zu... also ich zeig dir das mal kurz und dann... achso wir müssen den ja wieder Bären äh äh ja genau Genau die dürfen... also die haben noch genug Bären aber man kann nie genug Bären haben Ich geb denen immer die Tinto Bären Weil die... die kriegt man immens viele Ich hab gelesen, dass sie die Mejo-Bären am liebsten mögen Ist doch egal, weil die am liebsten mögen Aber mir nie Bei mir können sie Fasern fressen Pass mal auf, wenn du drin bist, also du siehst am Ei nämlich, ob es dem Ei gut geht Achso Und das Ei braucht jetzt noch vier Minuten, um zu... also viereinhalb, um zu brüten Okay So äh... ja genau, der eine Dodo ist ja ein... also ähm ja Der hat Fleisch drin und Fisch Mhm Der ist ja unser... oh warte mal, ich muss was essen... oh fuck Und ich muss was trinken Die Dodo ist zu verdursten, ja... oh Gott Die Dodo ist gleich runterzufallen Ei Magst du mal kurz zum Ei hochkommen mit mir? Ja So, ich weiß, es gibt Bären, die das können Aber wir haben es jetzt erstmal auf die Art und Weise gelöst Hm? Was? Äh, ich bin zum Wasser trinken gegangen Achso So, und zwar, pass auf, hier Hier drin Und da liegt das Ei da hinten Und wenn du da drüber einen Hover machst, zeig dir dir was an Ich wünsche euch ja dein Fadenkreuz Ach hier, ne, oder? Ähm, soll ich den... der, 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 der Dodo, der ist, ähm... ach der hat ja sogar nur Uhrzeit Soll ich den mal leveln? Ach naja, wobei, jetzt kommen wir auch später mal an Der Dodo hat ja auch noch Fleisch drin Dodo, Dodo, Ei Ei Brutzeit 60 Sekunden Oh, krass Nur, nur noch? Mhm Verdirbt in 8 Tagen Hä, 3 Minuten, Lisa Ich wollte Prozent sagen Du Nase Hat die Funktion nicht Gut, wollen wir schnell zu der Lootcrate gehen, zu der grünen? Ja, wir müssen da unten aber den Dino töten Der da ist Äh, wieso? Weil der uns sonst anspringt Ach der da Ach der da Oh Nice Gut Gut Geklärt Gab noch ein bisschen Leder Wobei ich ja eher dafür bin, die zu betäuben in Zukunft Denn, wie ich gelesen habe, anhand der vielen Kommentare, vielen vielen Dank nochmal dafür Ja Piranha Piranha Ja, ich sehe es Lebst du noch? Ja Gut Ich habe einfach mal alles mitgenommen Okay Eine Holzleiter und so einen Scheiß Keine Ahnung, ob wir das jetzt brauchen, aber wir haben es erstmal Ich habe mir da jetzt mehr auch oft so eine Gatling oder so So ein Maschinengewehr, irgendwas irgendwas, was rums macht, ne? Ne, habe ich mir natürlich nicht Ähm, hätte ich jetzt auch so eine grünen Kiste auch nicht erwartet, dass wir da irgendwas krasses draus ziehen können Übrigens unser Oh, neue Level, cool Unser, ähm, Kompost macht hier Sachen Mhm Dass du das mal gehört hast Ja, ich habe vorhin noch den, die kleinen Kothaufen von den, ähm, von den Dodos rein Ich habe übrigens noch verfallenes Zeug, ich schaue das mal in der Kiste Wenn du verfallenes, wenn du verfallenes Fleisch hast, mach es bitte direkt in den Mörsel Und Mörser Genau den Wieso sage ich denn immer Mörsel? Weil Mörse und Stößel I believe in Mörsel Where you from? You sexy, sexy thing Wir haben jetzt 62 mal Leder übrigens Was? Na cool Äh Wie das Falsche gedrückt? So, du kriegst noch ein paar Bärchis Äh, äh Mhm Die hat noch ein Ei Hier liegt noch ein Dodo-Ei Aber das ist nicht bedingstet gepaart Das ist ja witzig Ungefruchtet Jetzt haben wir, ja genau, das ist ungefruchtet So, in dem einen Dodo muss ich jetzt mal hier noch frohes Fleisch geben Das verfällt nämlich sonst So Und der hat hier noch ein paar Bärchis Das ist sehr gut So, wir haben ja noch Bärensamen Achso, wir haben ja auch schon Wir haben ja auch schon die Beete hier bedingstet Dünger null Nicht gedüngt Nicht gedüngt Äh, wir brauchen, kannst du mal noch eine Düngerkiste bauen, Lisa? Einen Moment bitte Ich weiß nicht, ob wir da mehr brauchen Oder ob wir das brauchen Warte mal, haben wir überhaupt noch genug Stroh da drin? 33 Theoretisch genug, ne Freunde? Theoretisch genug Uh Ich bringe das noch vorbei, mein Freund Na da Okay, wir haben diese Stroh Das tue ich mal da rein für den Dünger Und gleich Gleich schlüpft unser Baby Dodo Äh, Dodo Das war's bei dem Doppelab dann machen Äh, was Ah, oh Entschuldigung, das war so Lisa, du musst herkommen Ich komm gleich Du musst unbedingt herkommen Ich bringe noch was cooles mit Gott, du bist den Ach du Scheiße, ist ja du Gott Wir nennen deinen kleinen Dodo Die nennen wir den, wir nennen unseren Dodo Wie nennen wir den? So der reifeprozess und er ist weiblich das ist super ein männer und viele weiblein bürger so viel zum thema du dich er ist in grad dieser du rennst du rum bringen was ganz cooles mit jetzt habe ich leider vergessen die aktivieren mit dem jetzt frau donat dodo dodo donat was die namen verhauen ein bisschen ich sehe dich nicht nur hier unten am strand welche seite ich sehe die achter guck was ich cooles mitbringe wow alter du hast alter was du hast wie hast du das gemacht ich habe meine betäubungspfeile benutzt wieso hast du bitte ach cool oder ja oh das ist gut der ist das doch oder ja der ist fleisch super naja klar die lisa wieder die rennt wieder weg zehn irgendwelche krassen mega dinos hier kackt grad alles und jeder so eine schönheit ist es lisa komm mal rein guck mal ah der ist ja winzig oh gott ist die süß oder oh ist der klein hast du den du blieb ja hallo 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 ja cool ne krass wie die aussehen jetzt mal so aus der nähe das man sich jetzt mal angucken kann ja die sind sehr schön detailliert gemacht auf jeden fall die sieht echt gut aus aggressionslevel greife ziel an immer schön hochleveln ne warte mal ich muss da unten kurz in die noch laschen ich kann die name ändern verhalten keine bewusstlosen ziele erfassen ändern was ok ok aktiviere geschützturm modus ja geil da kannst du den geschützturm draufknallen wie kann ich die denn wie kann ich die denn leveln die kriegen erfahrungspunkte ah cool oh die ist sehr sehr schön wie denn gebraucht denn dieser lystrosaurus ja werd mal schneller hungrig hier unten ist übrigens noch einer den du betäubt kannst lisa ich bin jetzt auf der anderen ich hab kein fleisch mehr hinten ich hab fleisch ja wir brauchen gebratenes ne ich brauch ein rohes fleisch dafür dann musst du in einen der dodos gehen da liegt groß drin ok die nutze ich ja grad als kühlschrank ja aber wir sollten nicht so viele fleischfasser haben weil wir denen ja immer fleisch geben müssen ja aber zwei stück ist doch ok na gut bitte nicht hinterher rennt ich weiß noch nicht was ich damit machen will aber egal erstmal haben besser man hat als man hätte eigentlich wollte ich den grad klatschen warte bis es wieder hungrig ist alles klar kann man eben irgendwas besser zähmen also schneller ich erzähle jetzt mal hier ein bisschen achten auf diese scheiß Vieh drücken wir wollen mal da kommen ich hatte gekackt so in der Zeit verbessern wir uns kurz mal auch wenn es hier gerade die Erstellung ist an die Wand so wo ist denn dieser eine die Laufsäure ach da läuft er so und was wollen wir als nächstes warte mal was ein bisschen hungrig ist dieses fett ist genau da hinten die kannst du auf das Gesicht schlagen also ist es ne das ist ein bisschen effizient aber du kannst hier kannst du lieber herstellen weil das würde ich das machen dann muss ich das mal kombi skillen doch diese scheiß Viecher äh das hat er wieder gekackt das ist schon das ist ein Hotcore Grind hier gerade was wir hier machen der Dino ist weggelaufen jetzt wohin zu mir einer ist ins Meer gelaufen Arschloch hab ich hier grad das falsche geladet? Nö eigentlich nicht du Lina hat mich vor ganz vielen kleinen Kompis beschützt cool äh äh bist'n du da na los komm wir haben noch viel Zeit kackvieh jetzt mach hinne ich kann auch granaten entwickeln cool wollen wir diesen diese diese große diese riesen schildkröte druck mal wirst du die willst du die töten oder was wirst du mit der Mann nee warte mal warte mal warte mal hopp mal ab bitte ich mach da noch gar nichts ich mein nur boah alter das dauert ja Jahre jetzt renge ich diesen Vieh hinterher der ist auch echt nicht hübsch der Dino aber egal warum willst du den denn überhaupt ziehen warum nicht der hässlich ist genau und man kann nicht immer hübsche Dinos haben der sieht doch nicht so aus ob der irgendwas cooles könnte leider kacken und das relativ ist wir brauchen Kohl für Dünger wegen zwölf Bären geht's weiter Achtung aber der könnte auch als äh fressen für deine Dugine wieso denn Dugine weil mir kein besserer Name für den die Laufsauro eingefallen ist was hast du denn du gegen Dugine ich denke die ne klingt ein Instrument na los komm jetzt das ist finster jetzt kommt finstere Musik hast du noch Narko Bären hast du noch Narko Bären warte ja hab ich dann auf einmal ist es dunkel ja finster nicht nur dunkel finster richtig was denn das ist so das ist dein Dugine ja äh ich soll ich die Narko Bären irgendwo hallo irgendwo reinlegen ja in den Stösel bitte nicht hinlosse nein komm jetzt habe ich es richtig gesagt ich weiß euer Absicht so äh warte mal ah ne schick ich hab's dem Bären noch hier Narko Bären vier Stück okay und ich hab echt übelst viel Kacke ja ich hab so viel Kacke ne das ist schon kaktastisch kannst du mal ein bisschen Steine sammeln für Zement warte mal kurz wir haben Steine schon hier der Hund äh der Hund der Dino heißt übrigens ich hab den Dickmops genannt okay also wir haben hier äh ne in einer der Kisten ist auf jeden Fall schon Steine drin ja also zwei ja geil ganze zwei ganze zwei Steine Leute krass ich will hier noch mehr Kot reinlegen was soll denn das danke Pasen sind hier schon drin Hölz müsste hier drin sein naja mal wir müssen mal die Kisten mal sortieren ist es befruchtet? ey der Dodo ist gewachsen ne schade die Dodo ist jetzt schon gewachsen das ist ja krass äh was noch so der kriegt Mejo Bären damit es dem gut geht ich könnte den grad streicheln ernteeinstellungen er konnte krass die können Opfer äh die können abbauen ich glaub dein Dino der hat ein Level ab ja die tun das ganze noch aus mein fett Dino hat nichts ach weißt du was wie kann ich die jetzt wählen? ich geb dem Dino jetzt einen ganz schönen Namen ne warte mal das ist ja eine Dino Dame na egal Optionen Namen ändern wie nenn ich den Dino denn? mhm Donata so der ist dick sieht ein bisschen merkwürdig aus eindeutig was kliere waren dann zum Paaren alter dein die Lopo ist echt krass von den Sounds her ne? oh die ist schön ne? die sieht echt fetzt sich aus weißt du ich baue mir jetzt mal ein bisschen was ich an Klamotts gießen ne? ok wenn ich das Leder finde da ne 74 Leder ist gut in der mittleren was denn dicker Dino kann auch gelevelt werden ich brauch fasern ne irgendwie kann ich den jetzt so fast er wird man bei dem russ und er wird man denn die also wenn du eben rückst das ding öffnen ist von der gesundheit immer gut was sagst du hier gerade so eine berühmte auch ein level ab sagst du mir was ich die denn so mache ich das ich möchte die landen alles klar machen so was bauen uns jetzt mal so erst mal nicht zu viel verbrauchen das ist vielleicht ganz kurz so ich habe jetzt mal lederhandschuhe und lederstiefel willst du sowas auch haben wir haben 20 gerüstungswert hätte ich warm drück mal h und was soll ich da machen folgeabstand was soll das stimmt bei mir steht da die uhrzeit nur 17 tag 8 die foto 9 grad drück mann anders die ist kalt dem ist immer kalt ich kann nicht noch mehr kacke mitnehmen also die tag und sie die bude voll ich habe schon ein paar ledersachen und zwar habe ich handschuhe und schuhe bereits 20 gerüstungswert oder zähler 20 alles gerade hast du dir das große ja schon gebaut okay dann mache ich mir jetzt eine schöne lederrüstung also lederwands du nutter klingt irgendwie wie nutella denn denn die noch steckt übrigens in der der tür fest und blockiert so die tür raus okay ah jetzt können können wir uns bitte die maus kurz weg das war jetzt gefährlich okay krass wie ich jetzt aussehe wir haben jetzt in sind wieder kalt ist auch scheinbar nicht vergisst nur dieser drin ach so ich verstehe aber nicht nur die wenn du drückst und dann du drückst einfach nur erst den jetzt noch mal wieder weil das hat die kacke von dem mitgenommen und dann ist doch in der mitte dieses ding in die dinos grad die dodos sitzen im bett ist das niedlich das ist ja so witzig ist das geil alles klar ich hatte leder im inventar ich muss diesen trottelsaurier muss ich streicheln den dicken saurier wieso denn das dafür bedürfnisse vielleicht mag der dich dann viel mehr ich habe ja gar keine weiteren optionen was mit dem zu machen einstellungen aus das sind die die siehren nicht freilassen verhalten ein Ziel angreifen der ist okay der hat gleich sich grad jetzt mehr gesundheit der ist gerade gesprungen so dieser wollen wir es dann für die Folge erst mal bevor wir jetzt hier noch weiter 1000 dinos level ok super freunde da haben wir ja die folge tatsächlich eigentlich fast eigentlich haben wir nichts geschafft doch wir haben dinos gedingenzt so lustig wie die dodos rumlaufen hier ist noch fisch und verdorbenes fleisch ich kann ja schon wieder leveln das ist ja krass ich kann ja nicht immer so krass leben geh mal weg hau ab weg 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 danke so du wolltest es rein haben ok freunde dann Liesel machst du jetzt noch irgendwas oder können wir jetzt ne wir können ich habe bloß ein bisschen Zeugs weggeschmissen zement eh wir haben schon zement krass cool ja ich habe ganz viel gemacht schon das ist ja geil das ist ja geil das ist ja geil den kann man bei diesen geilen Schmelzofen bauen oder ja oh der macht das als nächstes alles klar freunde dann ich glaube den kann ich sogar schon bauen ja geil dann von meiner seite vielen dank wenn es euch gefallen hat dann kommentiert mal lasst mal was da sagt mal wie sich das gerade entwickelt tipps immer her alter die dodo armee folgt mir grad äh ja tipps sind gerne gesehen gerne gelesen wisst ihr ja wir sind ja da noch noobs in diesem spiel kackboons sozusagen genau dann vielen dank von meiner seite und von Liesas natürlich auch genau bis zum nächsten mal dann bis zum nächsten mal Leute ciao ciao